Wenn wir nur das Turret haben, hau ab da hinten, aus der Ecke, weg da, oder da, wo auch immer du bist. Okay. Äh, reparieren und nehmen. Dann kann einer schon mal hier die Tür öffnen. Sehr gut. Sehr gut. Ich will einmal kurz das... Wait, ist es hier, oder? Ne, müsste genau auf der anderen Seite sein, ne? Hier, genau. Hä? Event, glaub ich. Nicht bewegen, ich bin noch relativ safe. Ja, ja, ich will hier raus. Aber ich habe Angst, beide zu triggern. So, erstmal weg hier. Wir wollen mal kurz hier reingucken. Was haben wir denn hier? Noch mehr Tod, noch mehr Alien. Ausgüsse. Das ist der Jumpscare-Heinny, ne? Hier drin. Weil der sich nicht bewegt, dann muss doch der Jumpscare-Heinny sein. Mal kurz antriggern. Und wieder raus. Und jetzt müsste er weg sein. Ja. So, schnell, schnell, schnell. Auch zum Auto. Dann sind wir hier schon mal raus und fertig. Nice, 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 nice. Blockiert, okay. Trupp verlegen. Gehen. Nee, 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 nee. Du drive-balls, ich kill mich immer wieder. So. Müssen wir mal hier das Ding öffnen, ne? Da kann ich da mit dem Auto reinfahren. Hatte ich vor. Dat hatte ich vor. Ich will aber, ich will aber, ich will aber das Auto da drin parken. So. Er kommt zu uns. So. Trupp verlegen. Da rein. Ich hab nix mehr zu trinken hier und es ist 38 Millionen Graden. Graden. Grad. Ich kack ab. Oh, hier hat es Einkampf gegeben. Oh, ich hätte mal proben. Das war der Drill mit dem Schreien. Das war der Drill mit dem Schreien. Ja, auf einmal schreit die irgendwo rum. Ah, they're trying to breach in. What? Oh, hier kann man sich verstecken. Hier auch. Na, kommt, Leute. Weiter. War ich selber prüfen. Okay. Right now. Hey, I found something. Feels like a data pad. Move on. Weiter geht's. Echte Seite clear. Das ist ein Aufzug, ne? Ja. Nice. Einzelne Reparaturding. Jetzt wird die linke Seite gecleared. Medikid gedöhnt. Behalte ich mich mal hier. Einfach im Hinterkopf behalten. Alle da. Was kostet mich, das so einen zu platzieren? Deploying Motion Tracker. Setting up Motion Tracker. Was kostet mich ein, so einen... Motion Tracker deployed. Wie heißt das? Ein Befehlspunkt, genau. Ich wollte Generalspunkt sagen, aber... Das ist er nicht. Auf in die Mine. Auf in die Mine. Wir sind völlig verrückt, dass wir die Scheiße machen. Und die Tion. Leben. Und... Geschenke. Was haben wir hinter uns? Noch mehr Leichen. Noch mehr Kisten. Alles mitnehmen. Nichts. Zehn Geschenke. Nochmal zehn Geschenke. Sehr gut. Da ist wieder Leben. Oder... Healing wie auch immer. Alter, wir haben schon 15 Munitionen. Der hat auch noch Leben. Sehr gut. Sollten wir uns hier... Dann gehen wir erst rechts rum. Wir haben hier keine Karten, Leute. Wir sind ja ein bisschen blind. Er hat sich wichtig aus. Den General oder sowas. Ich habe mehrere Signale. Munition. Dann können wir hier gut gebrauchen. Mehr Signaturen spottet. Er gefällt uns hier ganz und gar nicht. Was soll ich denn sagen? Willst du sie da nicht öffnen? Wir haben etwas auf dem Träger. Weiter geht's. Geh an. Shh. Hier ist eine. Doppelzeit. Mehr Signaturen spottet. Falsche Richtung dann. Hier Richtung. Wir versuchen, den erstmal aus dem Weg zu gehen. So weit wir können. Shh. Hier ist eine. Shit. Sie wissen, wir sind hier. Fuck. Straight ahead. Grenade. Let's rock. Watch out. Fuck. Es ist alles. Alles. Es kann hier. Ich kann hier. Das ist alles. Insel eskaliert. What the fuck? Ich hasse Tunnel. Okay, wir müssen irgendwie irgendwo reinkommen. Gut, dass ich mir die zwei Erste-Hilfe-Dinger da oben aufbewahrt habe. Oh, das ist alles ganz und gar nicht gut hier. Oh, bitte. Kann ich den nicht hier hin? Der Marine kann an anderen Marine gucken. Oh, mein Gott. Okay, wir müssen hier rausschleppen. Let's see what's inside. Fuck. Move on. Okay, von wo kamen wir? Von hier unten irgendwo, ne? Von da. Da ist ne Tür. Ja, genau. Hinter uns. Übertreib. Und vor uns. Ich kacke ab. Das ist so lächerlich. Psch. Hier ist einer. Es hat uns gesehen. Mann, ich wollte nicht laufen. Hä? Warum? Ja, okay. Oh, diese Entführung geht mir auf den Sack. Lauf doch hinterher! Oh, ja, genau. Da kommt direkt der Nächste hinter mir. Ist der tot? Fuck. Ist doch witzlos. Auf, nach oben. Kommt. Komm schon, schneller. Komm schon, komm schon, komm schon. Sei schneller als die Viecher. Sei doch schnell. Ihr braucht auch zu schießen, Alter. Wirst du dich einfach bewegen. Der hätte sich einfach... Das ist so witzlos. Das ist so witz... Das ist so witzlos. What the fuck? Digga! Hätte er einfach... Wird einfach weitergegangen, anstatt zu schießen. Wäre alles safe gewesen. Wieso, wieso musst du ja eher schießen? Kannst du dich ausstellen, dass sie sich automatisch schießen, wie geistig gestört? Das ist ja voll nervig manchmal. Nee, kannst du nicht. Müsste ja hier sein. Ach, Mann. Das ist einfach... Er hätte es vor den Xenomers vielleicht reinschaffen können. Was macht er? Nein, ich muss jetzt schießen. Vor allem sagen die, du kannst dich vor dem Xenomor verstecken. Gibt dir aber einfach keine Verstecke, nichts. Ich habe etwas auf dem Xenomor. Das ist einfach ein bisschen weird, ne? Auf es. Mehr Signaturen gespottet. Nein. Was? Warte, hier kommen jetzt beide sofort wieder hin. Ich bin überrascht, dass sie uns nicht gesehen hat. Geräusche gespottet. Mann. Er sieht uns... Er braucht uns nicht sehen. Er kommt hier hin, in der engen Gasse. Geh nach rechts. Nein, er geht natürlich nach links. So, der geht jetzt hier lang, ne? Weiß nicht, weil sie von dem Untergrund gedünschen halten soll. Komm her, Team! Ist jetzt nichts Gutes, auf jeden Fall. Ja, okay. Er spawnt sofort da. Er bleibt stuck an dem Ding. Es kann nicht sein Ernst sein. Er bleibt an der Kiste hängen. Es ist... Oh, hier ist eine Brücke, die nicht auf ist. Oh, hier ist es. Ich werd immer nur gejagt. Ah, fuck. Ja, kurz dir weg, wenn ich kann. Weil ich werd gejagt. Ja, laufen sollt ihr. Ja, hier ist noch so ein Zähnemorf. Befallen des resistenten Gedulds. Ja, hier ist ja alles voll drin. Ich mach hier kein Sightseeing, Junge. So, erstmal dich hier abfixen. Der Kollege da hinten gelootet? Ja, okay. Ja. Was machst du denn da ganz hinten, Alter? Hast du keine Lust, dich zu bewegen? Ehrlich. Oh, er hat vor mir gespawnt. Hammer. Ich muss hier eins carryen. Das ist nur Schmutz, ehrlich. Ja, wir sind so am Arsch, Alter. Ich weiß, wo ich hier bin, Alter. Hier in die Ecke stellen. Den Kollegen ablegen. Äh, nachladen. Okay, wir haben sowieso keine andere Wahl, als zu kämpfen. Guck dir das da unten an, die ganze Punkte hier am Ahoin. Und die wissen alle genau, wo ich bin. Die wissen es alle. Aber ich hätte nichts mehr machen sollen. Ah, ich hätte nichts mehr machen sollen. Nein! Wenn man die Tür öffnen Gefahr im Vorzug, ihr wollt mich alle verarschen, oder? Nein, abbrechen! Ich drücke weiter, ich pfeife. Kann mich einer kaputt machen? Das Alfa-Epp-Männchen. What the hell? Rant ihr raus! Tango-Downs! Grenade! Kill that bastard! Alter? Ah, fai! Wir haben ihn verloren! It is what it is! Ich hab keinen Punkt mehr! Schieße! Nicht dahin bewegen! Fuck, wir haben zwei verloren in dem Kampf, ey! Oh, Mann! Oh, Mann! Ja, natürlich ist dann noch ein neues... Abbruch! 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 Aaaaaah! Ich hab wieder so... Ich hab wieder so... Okay, Abo, 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 Abo! Was für Tracks verloren? Die sind... Es sind nur Punkte da, wie eilig, irren! Die kommen alle hier hin! Es gibt nur einen Weg! Haut doch meine Lieder ab! Oh, nein! Er muss natürlich hier hinkommen! Hier gibt's keine Deckung! Du kannst dich nicht verstecken! Ich kann einfach nur hoffen, dass er mich hier in der Ecke nicht sieht! Gehen nach rechts! Wie kann er mich... Wie kann er mich hinter sich sehen? Nein! Und die entspotten? Das macht überhaupt keinen Sinn! Jetzt will er hier hin, oder? Ich kack so ab, Digga! Das ist so... Aaaaaah! Oh, ja! Das macht doch gar keinen Sinn, der Tunnel, ehrlich! Ja, du... Ja, komm, hör auf! Das macht keinen Sinn! Das macht überhaupt keinen Sinn, was da passiert! Die... Wie, wie... Du sollst hier hier looten? Und hier spawnen einfach drei neue! Du kannst hier nicht verstecken! Nix! Du kannst hier nicht verstecken! Nix! Warte, ein Kill spawnen neuer und der ist instant triggert! Ja! 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 Warte! Warte! Ich glaube, wir haben sie verloren! Oh! Können wir mal bitte da hinten bleiben? Oh, Mann! Ist das nervig! Das wird mich alles nicht zerstören, ne? Wenn das Spiel mir nicht am Anfang gesagt hätte... Er hätte gesagt hätte... Geh in Deckung, damit du solche Situationen verwalten kannst! Dann aber nirgendswo Deckung macht! Ey, auf den Maps! Außer in irgendwelchen Räumen, die sowieso nicht benutzt geführt, ey! Du hast einen Überzeuger! Der Direktor ist hier! Er hat nicht... Gott, verdammt! Warte! Hat er seinen Kabel auf? Ja, dann hat er ihn durch, Sarge! Ja, dann hat er ihn durch, Sarge! Okay, got it! Ich öffne die Importationslogie jetzt! Warum, warum, warum?! Ha! Warum?! Warum?! Was?! Warum?! Warte! 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 Das tut! Warte! Warum schießen die bei jeder... Schwachsinnigen Gelegenheit los, oder? Ich versuche jetzt erstmal hier rauszukommen, mit allen Fähren! Ah ja, ich werde ja immer noch gejagt hier! Kannst du mal als letzter gehen? Das macht ja auch keinen Sinn, dass du mit der Person die K.O. am Rücken als erster gehst. Ich komme nicht aus dem Zeitlupen-Modus raus. Okay, macht das alles ganz in... Nein, 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 nein! Entdeckt! Perfekt! Du gehst in Deckung, das fehlt dich! Brust! Bring'n wir runter! Brust sie runter! Tango runter! Wer noch... Koppel? Verzweck' es! Ich würde raus. Häng ở đây, Mann! Ich würde wieder raus... Sie haben Ihren Rett, Squad! Guten Job! Die Höhle geht mir gerade mächtig auf den Sack Geh raus und versuch mir da Mit einem besseren Trupp Also, was weiß ich, aber mit einem Unangeschlageneren Trupp rein Oh, nein Immer vor mir, immer vor mir Und hinter mir auch, natürlich sofort Damit ich auch sofort immer eingekesselt bin Kannst du uns bitte nicht sofort sehen Oh, geh noch schnell ums Eck Ja Ja, wie schnell die auch da sind, ne Ja, da kommt direkt der Nächste Der Nächste am Boden Okay, ne, fuck this shit, Alter Gehen wir noch weiter hin, laden Ja, die Höhle erkunden wir Ja, ja, verpiss dich mit der Höhle, Alter Das ist ja voll Schwachsinn Mach die Höhle selber, ihr nutzlosen Plebs, Alter In deinem scheiß Auto, Junge, labern Kann ich auch die ganze Zeit Ja, richtig Abfuck da unten Ja, mach ich, wenn ich bessere Waffen hab Raus hier aus der Mission Ja Der ist ja absolut Muck What the fuck Bist ja konstant nur eingekesselt Was ja auch nicht schlimm ist Aber die sind ja auch so Der ist da hinten Der macht zwei Sprints Ist ja hinten in dir drin Und dann die Marines verschießen die Hälfte des Schuss Da war ja XCOM sogar noch Also Nicht so hart in dem Sinne Oder ist das ja hart Aber Weird Das ist einfach weird Die Härte stört mich nicht Aber wenn Wenn der einfach liest Versteck dich doch vor den Zähnen aus Gibt aber nicht welche Stücke Wann immer die Fertigkeit eines schon benutzt wird Oder eine Öl für 10 Brand gesetzt wird Erleitet der Marien 15 Stress Woher hat der ein Feuertrauma? Nicht einmal Feuer benutzt? Kein Trauma Kein Trauma Müde müde Erschöpft Verringert den Mut Aber ihr kriegt alle eine Beförderung Ihr wart alle sehr gut Ihr tropft verdient 10% mehr Materialien Erhöht die maximale Tapferkeit des Marien Und von Punkten verringert den Stress Den er Durch jede beliebige Quelle erleidet Er wird nicht mehr müde Ach man Ich wollte zurück Nehmen wir mal das mit der Müdigkeit Wie gesagt Ich will ja nicht weinerlich Oder so klingen Aber das war ein bisschen Ein bisschen doof Deine Höhle Deum Der Aufklärer ist schnell und mit leichten Impulsgewehr ausgestattet Er ist ein tödlicher und meisterhafter Späher Auf den sich sein Trupp immer verlassen kann Waffenausbildung Revolver Der Marine kann sich mit einem Revolver als Sekundärwaffe ausrüsten Sobald die entsprechende Produktionslinie in der Werkstatt gestartet wurde Scharfschützengewehr Der Marine kann sich mit einem Scharfschützengewehr als Spezialwaffe ausrüsten Der Checker ist zweifellos Das intelligenteste Mitglied des Trupps Ein cleverer, einfallsreicher Marine Der fast alles hacken kann Er gewährt Zugriff auf die Interaktion und hacken Der Marine hat die Fähigkeit verschlüsselte Türen zu enregeln kostet ein Werkzeug Ne, ich nehme den Sniper Plus Er wird die Gesundheitstapferkeit oder Plünderer Weniger Stress Ich mag das Ich mag, ich mag Ein demokratischer Teamleiter besitzt eine strategische Denkweise Sagt dem Trupp was zu tun ist Und gibt seinen Männern das nötige Selbstvertrauen Solange ein Marine mit diesem Attribut lebt Erhalten alle Marines im Tor einen Bonus von 10 Punkten auf die Tapferkeit Und er hat einen Revolver Richtschütze Der Richtschütze ist einer der auffälligsten Marines In einer Truppe Richtschützens ein knallharte Draufgänger Denn mit einer Signaturwaffe M56 bewaffnet Können ihren Team mit außergewöhnlichen Feuerunterstützungen helfen Äh Gehen wir mal den Richtschützen Erhöht die Maxgesundheit Entfährt den negativen Eigenschaften des Marines Pech, der Marine verdient weniger Oh Mach mal die negativ Gedöns weg So, J-Web Sie können ich zum Sergeant oder zum Tacker machen Ich mach sie zum Sergeant Wir brauchen Jemanden, der Äh Ja, den Leuten hier Wer ist das? Moral gibt So, und mit Materialien Das mag ich auch Das mag ich auch Inventarbereich Bericht Ein Konstrukteur Zwei Werkzeuge Eine Sanitätsartikel Ein automatisches Geschütz 333 Materialien Und vier Xenoproben Sehr gut Und er entdeckt 94% Aber mit der Höhle Mit der Höhle wäre es 100% gewesen Entdeckt Wer kann ich denn da auf Erdowin Smith kann ich noch auf Sanitäter sind Experten daran, ihren Trupp gesund zu halten und damit für jeden Verband von Marines unverzichtbar Sie bieten ihren Waffenbrunnen umfassende ärztliche Versorgung Schneller heilen Das mag ich Unser neuer Sunny Äh, besser zielen Ist okay Könnte mir für 30 Materialien jetzt hier die Dinger holen, ne? Okay Ach man Wie ist denn So, wo ist unser Sniper? Er erhöht die Kapazität des Ladestreifens Schalldämpfer Guck mal, die hat sogar eine Infrarotbrille dann auf Wo ist das denn? Er wäre Zugang auf Scannerfertigkeit Dieser Tag die Position aller sich bewegenden Eindehörer auf der aktuellen Sau Äh, Sub-Ebene Ne, gebt mir mal hier den Schalldämpfer Also, kaufen Zack Schalldämpfer Und was haben wir hier? Solange ein Marine mit dieser Verbesserung lebt, werden alle Feinde im Umkreis von 10 Metern und den Trupp herum angezeigt, wenn eine Taschenlampe verwendet wird Er hält die Anzahl der Betreuung jeden Mehr Treffsicherheit Geht mir Treffsicherheit So, unser Sergeant Solange ein Marine mit diesem Attribut lebt, erhöht sich die Maxbefehlspunkte um 1 Nicht schlecht Fuck Irrenbänder erhöhen die Tapferkeit um 5 Erhöht die Anzahl der Patronen Erhöht die Kapazität des Ladestreifens Tapferkeit nehme ich mal mit Befehlspunkte mehr kann auch nicht schaden Ja, hier, unser Draufgänger Erhöht die Treffsicherheit des Marines bei Feinden, die mit Töten diesen Bastard anvisiert werden Okay Erlaubt es dem Marine die Signaturwaffe als autonomes, automatisches Geschütz einzusetzen, während der Signatur eingesetzt wird Benutzt der Marine seine Sekundärwaffe Achtung der Marine muss eine Signaturwaffe als Primärwaffe haben, um diese Ausrüstung einsetzen zu können Dieses erhöht den Verlangsamungseffekt von Unterschützenfeuer für den gesamten Trupp, der Bonus gilt nur für den Solange der Richtschützer lebt Nehme ich mit Unser Sunny Erhöht die Gesundheitspunkte aller Marines Nehme ich Hört sich hier schon gut an Und Solange der Marine mit dieser Verbesserung am Leben sinkt der Stress der Marines und da ist die Punkte, wenn sie geheilt werden Aha, Reanimation, nehme ich auch mit Und Morphin auch Eine gute Passive Ezekiel Smith Nach der Beförderung hat er sich die Haare geschnitten Neh Wachsen lassen Er hatte so eine Bandanne So Geht gleich sofort weiter Und Ich bin Hier Und Ich bin